Geschätzte Damen und Herren, wie komme ich als Nationalrat, Politiker, Technik einuch zu diesem Thema? Nun, ich habe früher eine Tunnelbauunternehmung mit meinem Bruder geführt, 20 Jahre lang. Das gibt mir den Bezug zum Untergrund, zum Schweizerischen, zum Seriösen. Und ich habe dann noch vier Jahre als Politiker in der UREG verbracht und habe mich dort mit den politischen Fragestellungen der Energie auseinandergesetzt. Und daneben habe ich noch an der ETH einmal studiert, was mir doch einen gewissen Background gibt. Ich habe mich immer gefragt, wie ist es möglich, den längsten Tunnel der Welt zu bauen, 50 Kilometer horizontal durch die Alpen, aber es soll nicht möglich sein, die Hitze, den Dampf aus 5000 Metern nach oben zu bringen und eine Dampfturbine zu betreiben. Das ist eigentlich eine banale Angelegenheit. Also es geht hier nicht, ich komme kurz darauf zu sprechen dann noch, es geht nicht um die Wärmeerzeugung, es geht um die Elektrizität. Jetzt wird bestätigt, was ich bin. Das haben Sie einmal das Potenzial, die Erde als Kugel dargestellt. Die Kruste ist sehr dünn, bis 50 Kilometer Stärke. Sie ist im Durchschnitt 1000 Grad heiss und in der Mitte sind 6000 Grad vorhanden. Und durch radioaktiven Zerfall im Erdinnen wird eigentlich die Wärme immer wieder nachproduziert. Und die Abkühlung des Erdmantels beträgt ca. 8% in 3 Milliarden Jahren. Ich freue mich sehr darauf, das dann noch mitmessen zu dürfen. Das Fazit, also nahezu haben wir einen fast unerschöpflichen Wärmestrom, der genutzt werden kann. Wie sieht es weltweit mit dem Stand der Technik heute aus? Weltweit sind einige Kraftwerke installiert. Etwa 0,3% des Stroms weltweit wird geothermisch erzeugt. Die Standorte sind allerdings wesentlich in vulkanischen Gebieten zu suchen. Ich komme gleich mit der nächsten Folie darauf zu sprechen. Hier sehen Sie oben Spitzenreiter, man würde es kaum glauben, die USA. Dann die Philippinen, dann geht es ganz klassisch in die Gebiete mit vulkanischen Gegebenheiten. Indonesien, Mexiko, dann aber auch Italien. Ich war auch erstaunt, auf das ich dann noch kommen werde. Mit Herrn Pirmin Schilliger zusammen geschrieben habe. Er ist Historiker. Er hat darauf bestanden, die Historie gut abzubilden. Das ist eigentlich immer eine kluge Sache. Aber ich habe nicht gewusst, dass in Italien 1906 das erste Kraftwerk erstellt worden ist, um Strom aus der Erde zu gewinnen. Das hat mich doch selber eigentlich wahnsinnig erstaunt. Ganz ein paar wenige Parameter. Wie ist der Temperaturverlauf in der Erdkruste in diesen 50, im Schnitt durch 50 Kilometern, 30 bis 40 Grad pro 1000 Meter. Also in rund 3000 Metern haben Sie diese 100 Grad. Und entsprechend kann man sagen, diese Erdwärme ist eigentlich überall vorhanden. Die Frage ist eben nur, wie weit muss ich bohren, um diese Temperaturen zu erreichen. Das ist eine Übersicht über die verschiedenen Methoden. Ich komme auf diese Erdwärmesonden, die Sie alle sicher kennen. Das ist nichts Neues. Aber viele wissen nicht, dass wir Schweizerinnen und Schweizer Weltmeister sind in diesem Bereich. Wir haben in diesem Land, in unserem schönen Land, pro Kopf am meisten Erdsondenkilometer bereits erstellt. Und das dürften wir doch auch etwas hervorstreichen. Selbstverständlich mit dem Nachteil, dass es auch etwas mehr elektrischen Strom dann braucht für die Verarbeitung oberirdisch. Hier ist die Wärmegewinnung aus Tiefengesteine. Ich habe gerade heute am Geothermie-Kongress, den ich so zwischen Sessionen und zwischendurch besucht habe, festgestellt, dass jetzt erstmalig eine Bohrung in diesen Tagen abgetäuft wird im Schaffhausischen von einem Gärtner, von einem Gärtner, der seine Gärtnerei mit Wärme versorgt. Die Bohrung ist jetzt bald auf 1400 Metern unten. Von was ich jetzt spreche, sind diese zwei Systeme. Das geht um das Hydrothermale. Da sehen Sie, der Kaltstrang geht in eine wasserführende Schicht da unten. Und der Warmstrang, das ist die zweite Bohrung, die geht in die gleiche Schicht. Und dann können Sie so den Dampf nach oben bringen. Und oben gehen Sie in eine ganz normale Dampfturbine. Und das petrothermale System, das geht weiter nach unten. Und da müssen Sie zuerst unten, eigentlich sage ich immer, den Durchlauf erhitzen, den müssen Sie zusätzlich aufbrechen, damit die Wasserdurchlässigkeit entsprechend gross wird. Das zu den verschiedenen Systemen. Was sind nun die Herausforderungen? Also bei den hydrothermalen Projekten ist es primär das Fündigkeitsrisiko. Also Sie müssen erstens einmal diese Schicht haben unten, die wasserführende Schicht. Und dann müssen Sie sie noch treffen. Und dann muss dann noch genügend Wasser da sein. Und dann muss das Wasser dann noch in genügender, die Temperatur dann noch stimmen. Bei der seismischen Methode sind es die Risiken bezüglich Erdbeben. Das haben wir eigentlich in Basel erlebt. Basel hat diese Technologie massiv zurückgeworfen. Leider. Aber ich meine, hätte jede Technologie, welche irgendeinmal Schwierigkeiten gemacht hat, hätte man das beendet. Wir wären wahrscheinlich noch irgendwo bei Neandertaler. Ein grosses Problem sind die hohen Bohrkosten. Sie haben im Unterschied zu Erdölbohrungen, welche in weichere Gesteine hineingehen, müssen Sie hier in Granit gehen und diese Bohrgeräte, die sind eigentlich schlecht dafür geeignet. Die ETA hat zurzeit ein Projekt laufend, um diese Bohrleistungen zu verstärken. Da fallen die grossen Kosten an. Rund 70% der Kosten fallen nur für die Bohrungen an. Und wenn Sie die beschleunigen könnten, in der halben Zeit bauen könnten, dann hätten Sie logisch fast 30-40% weniger Kosten. Also es ist eigentlich viel Know-how vorhanden. Was wir in der Schweiz vielleicht das einziges Know-how nicht haben, ist die Technik, die Bohrtechnik, dass die grossen Bohrfirmen, die sind da bei uns nicht vorhanden. Die Energiebudgets des Bundes haben 174 Millionen Franken als Förderung. Das wäre eigentlich auch noch gut. Aber wenn dann für die Geothermie noch 1,2 Millionen pro Jahr übrig bleibt, dann ist das schlicht und einfach wesentlich zu wenig. Ich habe im 2006 schon einen Vorstoss gemacht, das wesentlich zu erhöhen. Weil die Räte haben zugestimmt. Und ein halbes Jahr später hat der Nationalrat in der Budgetdebatte dann wieder das Zeugs gestrichen. Und wir waren wieder gleich weit. Aber ich habe den Vorstoss wieder eingegeben. Ich bleibe am Ball. Und der Bundesrat hat ihn jetzt auch schon wieder abgelehnt. Aber das kann mich auch nicht mehr erschüttern. Hier eine Hauptfrage ist ja die, wo liegt eigentlich das Potenzial der ganzen Geschichte? Und Sie sehen rechts unten, das ist eine Darstellung der AXPO aus dem 2007. Sie sehen die verschiedenen Möglichkeiten. Ich meine, Photovoltaik wird wesentlich unterschätzt. Die Geothermie vielleicht etwas überschätzt. Aber grundsätzlich, wenn Sie viele Kraftwerke bauen, jedes grössere Dorf oder Stadt mit einer solchen Anlage versehen, ist das Potenzial eigentlich unerschöpflich. Da wurde es gerechnet auf zweimal Gösken. Das wäre doch mindestens ein Beitrag zur Ebene der Wende, die wir ja unbedingt schaffen müssen und die sehr schwierig zu schaffen sein wird. Was sind die übrigen Vorteile? Es ist sicher eine saubere und sichere Energie. Es ist Bandenergie. Das ist ganz ein wesentliches Element, wenn man die Kernenergie ersetzen will. Also 24 Stunden, 365 Tage hat man Energie. Es gibt eine dezentrale Einspeisung ins Netz. Das ist auch ein Vorteil. Natürlich müssen die Netze dann an diese Situationen zuerst einmal angepasst sein. Es ist unerschöpflich und nachhaltig. Es ist platzsparend und unauffällig. Das zeige ich Ihnen nachher. Es ist überall einsetzbar. Und es ist unsere Quelle. Es sind nicht Milliarden, die wir da in den arabischen Raum schicken jedes Jahr, sondern die würden bei uns volkswirtschaftlich gut platziert. Die Technologien, das ist das Aber, die ist noch nicht so weit. Ich habe eigentlich auch die Hoffnung gehabt, man wäre schon etwas weiter. Sie werden bei den Massnahmen sehen, die ich vorschlage, dass das eben noch nicht so ist. Und was es aber vor allem braucht oder brauchen würde, wäre etwas mehr Pioniergeist. Ich bin von den Stromproduzenten diesbezüglich den Grossen etwas enttäuscht. Ich muss aber jetzt sofort korrigieren, weil es hat doch jetzt in den letzten paar Monaten oder im letzten halben Jahr ist da einiges gegangen. Also die AXPO ist vertreten hier bei uns und das freut mich sehr, weil ich glaube, es geht nur mit Pioniergeist von Grossfirmen, weil das ist doch dann ein Stück weit Technologie, die man mit kleinen Firmen nur sehr schwer stemmen kann. Das ist eine Anlage, die ich besucht habe in Unteraching bei München, 10 Kilometer von München, 200 Meter nebendran ist ein Einkaufszentrum. Also das können Sie, merken Sie fast nicht, dass das eine elektrische Anlage, also eine Produktionsanlage ist. Hier noch eine Übersicht aus der gleichen Quelle wie vorhin zu den Preisen. Die Photovoltaik ist da noch mit 70 Rappen bis 30 oder 28 Rappen drin. Ich durfte kürzlich gerade eine Offerte entgegennehmen bei der Autowage in Rotenburg, wo wir eine grosse Anlage planen und die war bei 28, also da ist man auch schon schön toll vorwärts gekommen. Und Sie sehen die Geothermie, das Blaue da, die liegt zwischen 8 und 15 Rappen. Also eigentlich, wenn das erreicht werden kann, meine ich eine gute Grösse aus wirtschaftlicher Sicht. Nun, ich habe dieses Buch eigentlich vor anderthalb Jahren begonnen. Es hat ein böser Journalist mir runtergeschoben, ich hätte es noch schnell seit Fukushima geschrieben, um politisch bei den Wahlen noch etwas zu gewinnen. Das ist eine wirklich grosse Ente. Ich habe es wirklich vor anderthalb Jahren begonnen. Und die Idee ist von mir, aber geschrieben habe ich es nicht selber, weil die Zeit hat also ein Parlamentarier nicht auch noch. Und das war ein interessanter Werdegang und ich habe dann diese Schluss- oder die wichtigsten Massnahmen habe ich natürlich mit dem Journalisten zusammen erarbeitet. Er hatte nichts verstanden davon, er ist aber ein technisch gut versierter Journalist, das gibt es auch. Und er hat eigentlich dann sehr viel immer dazugelernt und nach zwei, drei Monaten hat er mehr gewusst als ich. Jetzt braucht es unbedingt, bin ich der Meinung, mehr Mittel für Forschung und Entwicklung, vor allem in der Bordtechnik, aber auch in der Reservoir-Technik. Also Reservoir-Technik ist dieser Durchlauferhitze, den Sie unten bauen müssen, da ist man einfach noch relativ schwach dotiert, wie man das machen soll, sodass es eben zu keinen Erschütterungen kommt. Dann braucht es unbedingt die Finanzierung einer Pilotanlage, und zwar eine Anlage, wo alle, welche eigentlich an diesem Thema interessiert sind, dann auch die entsprechenden Daten und Zahlen bekommen. Und leider ist es in der Schweiz noch etwas so, da hat es viele Spezialisten, es hat hunderte von Geologen, aber jeder zieht da irgendwo in eine andere Richtung. Und ich meine, dazu ist einfach unser Land zu klein. Ich meine, es braucht eine Anschubfinanzierung durch den Bund, ich könnte mir das durch Steuererleichterungen oder Bürgschaften dann bei kommerziell ausgerichteten Erstprojekten vorstellen. Dann haben wir die Fündigkeitsrisiko, die haben wir installiert, die ersten Gesuche sind eingegangen, sie wurden nach Monaten jetzt auch bewilligt, und von daher haben wir eigentlich ein erstes Instrument, oder ich meine, man müsste unbedingt diese Fündigkeitsrisikogarantie auf kommerzielle Wärmenetze ausdehnen, also Wärmegewinnung. Ich meine, es braucht klare Regeln für Exploration und Standortsicherung. Der Kanton Aargau, das wurde auch heute vorgestellt, hat jetzt ein Gesetz gemacht, um quasi die Schürfrechte, wie man sie in Deutschland kennt, abzubilden, weil natürlich für einen Investor, der in die Fläche gehen will, der sollte sich verschiedene Standorte natürlich sichern können. In Deutschland können sie das, in der Schweiz können sie das nicht, da beginnen sie immer wieder von vorne. Ich bin der Letzte, der nach neuen Gesetzen ruft, ich habe am liebsten jene, die ich abschaffen kann, aber in diesem Bereich ist wirklich eine gewisse Unsicherheit vorhanden, übrigens auch dann bei den ganzen Prozedere der Bewilligungen. Jetzt bin ich da etwas zu schnell gewesen. Es braucht ein stärkeres Engagement der Stromwirtschaft, das habe ich gesagt, es braucht eine flächendeckende geologische Erkundung. Das Problem ist, dass sie im Mittelland relativ schlecht erkundetes Gebiet haben im Untergrund. In den Bergen haben sie hunderte von Löchern, da müssen sie nicht mehr viel forschen, aber leider dort, wo wir das brauchen, ist die Erkundung klein. Die NAGRA hat Vorarbeiten geleistet und könnte da weiter mitgezogen werden für die Erkundung. Es braucht politische Unterstützung auf allen Ebenen. Also es braucht Gemeinden, die den Mut haben, einen Standort anzupacken und zu fahren. Es braucht Kantone entsprechend dazu. Es braucht aber eine Taskforce auf der ganzen Linie, Kommunikationsoffensive. Und es braucht die politische Akzeptanz. In St. Gallen, das Projekt wird im nächsten Jahr mit den Bohrarbeiten beginnen können. Da hat die Bevölkerung mit 82 Prozent, ja, die Stadt St. Gallen, 160 Millionen Franken bewilligt. Das ist eine Riesensumme für diese Stadt und ich habe wirklich gestaunt, dass das mit dieser Akzeptanz durchgegangen ist. Dann die aktive Beteiligung der Schweiz an internationalen Forschungs- und Pilotprojekten. Wir müssen nicht bei Null anfangen, die Technik läuft, man kann sie an anderen Orten besichtigen und testen. Mein Buchprojekt wollte, das politische ist kein Fachbuch, es ist ein Buch für Politik und Wirtschaft, das Umfeld überzeugen, dass diese Technologie sinnvoll und möglich und richtig ist, als eine der möglichen Massnahmen zur Wende. Es soll auch dazu beitragen, die Polemik um dieses Basel etwas zu entkräften, die Diskussion zu versachlichen, das Terrain für diese Technologie zu öffnen. Hier haben Sie den Cover von meinem Buch, das können Sie bestellen. Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier haben von mir eins geschenkt erhalten, auch alle sieben Bundesrätinnen und Bundesräte. Das sind halt so Privilegien, tut mir leid für die übrigen, welche wir Politikerinnen und Politiker halt haben. Die übrigen bei Ihnen, die lade ich herzlich ein, das Buch zu lesen. Es lässt sich leicht lesen, man schafft das locker in einer Woche. Diese Woche haben Sie ja alle natürlich gut zur Verfügung. Sie können das bestellen über meine Homepage www.teiler.ch und jetzt stehe ich für Fragen zur Verfügung und ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit.